Leute, ich bin extra ins Trainingscamp nach Sibirien, Novosibirsk ins alte Steinbruch, da wo früher immer die Kriegsgefangenen und die ganzen Armschweine Steine klopfen mussten, bei den Temperaturen und Kälte. Barfuß! So, ich habe mich warm gemacht hier im Camp und ja, Lupa hat mir geholfen beim Warmwerden. Ich bin auch nicht auf die Schnauze gefallen, weil sie mir nicht zwischen den Beinen gelaufen sind, weil ich nicht gejoggt bin, sondern gegangen. Es ging bei dem Schnee nicht anders und Lupa ist auch warm, weil die wollte gleich mitmachen, hat sie mir gedacht. Er wollte zumindest zugucken und sich fragen, was der alte Herr da macht. Lupa, komm her! Einmal hepp! Hopp! So! So, jetzt sind wir auch warm und kalt im Bauch. Jetzt gibt es erstmal was Warmes zu essen für Lupa. Für mich nochmal einen Kaffee, eine Zigarette und dann kann man starten in den Tag zum Work-In. Work-In Stepping. Snapping, Snapping Aerobic, mit Thomas, der Deutschen Seele, der Fitness-Sport.